und damit vor der stinger und herzlich willkommen ja zurück zu einer neuen folge von fargraf 5 und ich soll hier wieder diese dinge abstellen insgesamt gibt es hier so ein bisschen haut sammeln können wir das auch so kaputt machen gut das war der erste von vier so jetzt gucken wir mal hier alter der eine soll 4000 entfernt der andere ist auch 4000 entfernt dann gucken wir auf der karte wie wir da am besten abkürzen können ich glaube das denkt oder guckte das ist ja mal das da oben irgendwo mitten naja können halt nur bis dann abkürzen und den rest müssen wir laufen na gut dann gucken wir mal es war einmal ein affe der wollte da eine giraffe als er hat ihn zu lang wurde sagte der nein die war ein affe auf jeden fall du weißt nie wenn du mal kalte füße bekommst oder einen ball knebel improvisieren musst um himmels willen russ du hast schon wieder den generator kaputt gemacht wieso soll ich jetzt das tor öffnen und das flugzeug rausholen ich gehe und hole ich damit er ihn repariert und ich schwöre bei gold wenn du wieder das oberlicht offen gelassen hast wirst du gefeuert wenn da kann man aber nicht hoch die tür geht da nicht auf hatte sie haben schon mal gelesen seltsam na gut wusstest du dass ich nicht nur einen heißen arsch habe sondern auch hubschrauber reparieren kann du hast einen heißen komm her dann zeig mal ey komm her komm zeig mir mal deinen arsch stopp ich damals ich meine dann ja das hast du schon so und bleibt den bleibt doch mal stehen oh ja oh ja ja gut dann fliegen wir mit dem weil so 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 ist das eine zum kaputt machen so 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 äh 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 mann was ist denn damit los ähm da los also das meine war ja stärker gut nur nicht runter hoch ah kann man das ja ich weiß aber so ewigkeiten hinfliegen guck dir das an ey der ist am dichtesten hier der tunnel die drei drei rummel gefahren durch den tunnel die 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 medical ähm ähm äh äh ähm äh ok so kann man hier durch oder das ist noch 1000 300 gucke ich mal wieder hinkommen am besten vielleicht mal hier so lang hier mal lang nimmt einen dicken ars ja und die hat so hinter deiner hose verstecken ja so auf geht es hier einfach mal so querfeld einfahren aber das geht auch nicht vor sich das war etwas aufregender als ich mir vorgestellt habe ja durchladen schätzchen gefahrenverzug so kommen wir dagegen hier hi du auf drogen aber da haben wir dir getroffen mehr so achtung und so wieder ein bombs köder kaputt es wird jetzt nur noch einer ich brauche deine haut 900 in die richtung ist da irgendwas ich glaube nicht ne da ist nichts in der nähe wow na gut na gut dann gehen wir hier am berg herum fiedel da 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 hole ich mir das ei holla die holla die naja ich hoffe du bist bereit da kommt äger auf uns zu spiegelei auf tut 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 eier habe ich auch lange nicht gegessen wieder normale eier noch spiegeleier noch sonst recht da sehe ich jeden tag andere eier haha aber die kann ich nicht essen ich weiß hm man kann eier kochen da ein bisschen senf drauf machen hat man senfeier he he oder keine ahnung vielleicht kann ich das auch immer mal machen wieder ganz normale eier kochen oder so oah da ist eine hütte oh ich rutsche vorsicht na alter das ist viel 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 zu weit nochmal ey kannst du den da mal angreifen ja der nervt mich andauernd du kannst auch mal einen runter holen als frau äh gut oie 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 ich geh mir noch ein bisschen höher ja nein wird nicht doch jetzt dieses gefühl muss man einfach lieben oie da fällt einer runter ist das der pilot nein also komm der stärker ah jetzt fällt auch runter he 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 oie oie und er fällt und fällt und fällt und uuoh und dann verschwindet hinter den berg Man hört keinen Bums. Okay, da kommt noch einer, aber uah, alter. Wui, ich fliege auch. Ja, mal hin, da kann man ein bisschen fliegen. Das hätte auch richtig in die Hose gehen können. Jaaa. Uh, haaa. Aber sowas wollen wir schön durch die Bäume durch. So können wir doch ganz gut abkürzen, das ist super, das ist toll. Eine Fahrt. Achtung. So. Und hepp. Gut gelandet. Ah, wir hören wieder. Oh. Da wäre ich beinahe auf dir drauf gelandet, ey, du alte Schlange. Okay. Das war aber knapp. So. Ja. Das hört sich an, ey. Jakob entführt Leute, spart sie im Käfige und zwingt sie zu tun, was immer er sagt. Aha. Klingt doch gar nicht so schlecht. Das sagst du. Bam. Ich mag Feuerwerk, yeah. Wo seid ihr denn? Ach da. Ja. Ka-wumms. Oh, da ist einer mit nem. Laser. Gewesen. Ähm. So. So. Und jetzt, guck mal. Jetzt hab ich mir einen Nagel abgebrochen und gespürt, dass meine Seele meinen Körper verlassen wollte. Wow. Stufenaufstieg. Deputy, ich kann dir eins sagen. Einige von den Whitehills, naja, einige von denen waren sich nicht so sicher, ob wir dich an Bord holen sollten. Aber jetzt schon. Nicht, weil ich was gesagt habe, sondern wegen dem, was du getan hast. Taten sprechen lauter als Worte. Die Leute kommen von überall, um sich uns anzuschließen. Du gibst die neue Hoffnung. Darauf müssten sie lange warten, Deputy. Aha. Sehr lange. Und wieso steht er jetzt eins von sechs? Ich dachte nur eins von vier. Jetzt haben wir sechs. Das ist so komisch. Ups, ne, warte mal. Wieso denn das? Das finde ich komisch. Ähm, hier haben wir noch die zwei Sachen. Genau. Müssen wir da noch die Bode finden. Zwei Stück. Haben wir die auch dann zufällig auf der Karte? Keine Ahnung. Aber Bode gibt es ja hier immer am. Was ist das für ein Vieh? Trutan-Geyer. Ha. Das ist ein. Ähm. Ja, doch. Kann man glaube ich auch mit. Langfahren. Hm. Ähm. Ähm. Da fehlen auch zwei Boote. Ähm. 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 Aber die fahren ja. Pff. Irgendwo rum und. Ja. Ja. Hier haben wir die Außenposten noch. Mach ich das doch erstmal. So, wo ist der? Wo ist der Außenposten? Ja, ja. Wo sind die Außenposten? Oh. Da ganz unten. Ah. Okay. Ähm. Ja. Der da oben ist am dichtesten. Gut. Ach Leute. Ist die Zeit auch schon wieder vorbei. Hm. Gut. Ich möchte dann hier an dieser Stelle jetzt speichern. Und dann. Machen wir in der nächsten Folge den Außenposten befreien. Genau. So. Da hat er gespeichert. Der Außenposten ist da unten. Ich wünschte Pastor Jerome wäre nicht so ein sauber Mann. Irgendwie macht mich die Vorstellung einen Kirchenmann zu verderben einfach heiß. Jedenfalls steht er auf meiner darf alles Liste. Gleich neben Nick Rye und John Seed. Hey. Jetzt guckt er nicht so. Äh. Ja. Gut. Dann schreibe ich mir auch nochmal und sagen bis zur nächsten Folge. Danke fürs Gucken und Bye Bye.